Die Feuerwehr wurde zu einem ausgedrehten Brand im Hotel, auch in St. Hessisches Hotel, hier gerufen. So wie es jetzt aussieht, vermutlich ist das Feuer außerhalb des Hotels vor dem Küchenbereich ausgebrochen. Ist in die Küche reingeschlagen, hat dort aber nur geringen Schaden angerichtet. Ist im weiteren Verlauf dann aber in die Voreintrache der Feuerwehr schon um, in den Dachstuhl reingeschlagen. Und hat dort im Obergeschoss einen Brand verursacht in einer Wohnung, der jetzt im Moment bekämpft wird. Wir hatten sechs Hotelgäste, die unverletzt vor Eistreffen der Feuerwehr schon aus dem Gebäude evakuliert worden waren. Und ansonsten auch niemand verletzt. Wir werden jetzt weiterhin die Brandbekämpfung durchführen. In dem dritten Moment mit der Drehleiter der Dachstuhl teilweise geöffnet und kontrolliert, ob dort noch grün lässt. Die Blutmesser vorhanden.